Leute von heute und hallo Freunde der Sonne, das ist Werbung für meine Seite aktien77.business.zeit. Das ist ein Unternehmen, wo ich Bitcoin Wallet, ja ich bitte nicht das Wallet an, ich bitte, ich biete an, gemeinsam in den Bitcoin zu investieren und mehr Rendite rauszuschlagen mit diesem Wallet. Das ist die Währung der Zukunft, das weiß jeder, das ist eine Kryptowährung und ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache das einfach mal, ich biete diese Internetseite an, es machen nicht so viele und ich mache es an. Es ist alles ganz offiziell, ich hole mir einen Gewerbeschein, ich habe ein Konzept, wo ich das anbiete und wo ich auf der Seite halt auch noch ein paar andere Sachen anbiete, ist nicht so wesentlich. So wesentlich ist, dass ich ein Bitcoin Wallet mir kaufen werde und wir gemeinsam da investieren werde, ich werde nur meine Anteile davon bekommen, ich werde meine Steuern bezahlen, mehr nicht. Jeder andere bekommt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld damit, weil er dafür keine Steuern bezahlt, ich verdiene da ein bisschen weniger mit, aber ich verdiene auch damit, weißt du, weil desto mehr Leute investieren, desto mehr verdient man damit. Das ist das Prinzip. Und das sagt mir meine Ehre einfach, dass ich das machen soll, weil sich die großen Firmen das alle auch kaufen und meine Ehre sagt mir einfach, biete das an, weil es einfach die Währung der Zukunft ist, weil es gibt Leute, die haben sich in gewissen Staaten, gewisse Länder gekauft, wo sie keine Steuern mehr bezahlen müssen, wo rein mit Bitcoin bezahlt wird. Zum Beispiel Apple, Tesla und Amazon wird das wahrscheinlich nachziehen. So und ich trinke jetzt erstmal einen Rockstar, dafür würde ich eine Sauwerbung machen, der kostet gerade 88 Cent bei Edeka und normalerweise kostet er 2,69 Euro. Der ist super lecker, saugeil. Auf jeden Fall, um weiter darüber zu berichten. Meine Seite bietet auch einzelne Trades an, für Leute, die sich nicht so auskennen, in was man investieren könnte. Ich suche stabile Aktien raus, kaufe Wertpapiere, ETFs und Privatpro für die. Beratungsgespräch mit mir kostet zwischen 10 Euro und 50 Euro. Entweder privat oder per Cam ein Meeting. Ja, was soll ich großartig sagen? Gemeinsam sind wir stark und machen viel Rendite, ja. Das will ich damit sagen. Und ja, es sieht einfach so aus, dass diese großen Firmen sich das kaufen und wenn sie ein Bitcoin-Bullet haben, dann kann man rein theoretisch, also theoretisch kannst du deine Anteile nehmen. Ich halte da Buchhaltung drüber. Du kannst deine Anteile nehmen in Darknet, dir damit ein Handy für 10 Euro kaufen. iPhone 12, was weiß ich. So, diese Firma macht aber erst am 01.05.2021 auf, weil ich halt noch diesen Gewerbeschein brauche. Ich mache jetzt schon Werbung dafür, weil ich es einfach praktisch finde. Ich meine, desto mehr Likes ich habe, ihr könnt mir E-Mails schreiben und so, weil ich investiere aber erst am 01.05. Ich meine, lasst mir Daumen nach oben dafür, weil ich bin ein Typ, der findet, die arme Gesellschaft soll auch reich werden und das sind meine Prinzipien und deswegen öffne ich diese Seite. So und ja, so sagen, eine Hand wäscht die andere Leute. So ist das. Und ja, dieses Wallet werde ich verwenden und ich werde ein Tresor kaufen und davon Wallet versenden. Wenn jemand 100.000 Euro investiert, jemand investiert nur 1.000 Euro, macht der, der 100.000 Euro investiert, immer noch 1% mehr Gewinn. Das ist auch eine Menge Geld bei Bitcoin, ja. Wenn ich mir überlege, dass der Bitcoin in den letzten Jahren so geschrieben ist, der ist von 500, 400 Euro, von 200 Euro hat er angefangen, Alter, der ist mittlerweile bei 38.000 Dollar oder so. Oder der soll noch auf 38 Millionen hochsteigen, ja. So, ich meine, das macht, das soll eine Menge Geld machen. Und ja, ich will damit sagen, den Link von meiner Seite findet ihr unter diesem Video, den verlinke ich nochmal da unten rein. Und ich wünsche euch viel Spaß auf meiner Seite und viel Spaß beim Video gucken. Ich persönlich benutze den Broker Scrabble Capital und ein normales Bitcoin Wallet von Handy aus gerade, aber ich werde mir einen Tresor kaufen. Den kann man im Internet bestellen, der sieht richtig geil aus und der macht Sinn. Und damit kann man einkaufen gehen, damit kann man, das kann man einfach nur ansparen. Dieses Ding macht Geld und vor allen Dingen gemeinsam. Gemeinsam machen wir Geld damit, Leute. Wenn ihr an diesem Geschäft interessiert seid, ihr müsst nur 100 Euro Minimum investieren. Ich verarsche euch nicht, wirklich. Das ist der Hit. Echt, das funktioniert, das ist sicher. Das ist idiotensicher. Und ich muss das auch beim Amt anmelden. Ich meine, wenn ich illegale Sachen machen würde, würde ich das posten oder würde ich das beim Amt anmelden? Nein. Ich würde das unter der Hand machen. Also ich bin nicht so ein Mensch, der irgendwie illegal ist. Aber für mich ist es einfach nur Profit und Daumen nach oben und verlockend. Also meldet euch bei mir. Der Link steht unten auf der Seite. Daumen nach oben lassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.